Mir bleibt nur eins zu sagen, liebe Kinder. Ich wünsche euch schöne Ferien. Ich bin Nick und ich will euch von meinen Ferien erzählen. Ja, also Kinder, immer mit der Ruhe. Dann mach's gut. Schöne Ferien. Marie Hedwig, willst du die Ehe mit Nick eingehen, welcher Kapitän eines Schlachtschiffs ist und ganz, ganz viel Geld verdient? Ich will. Liebe Marie Hedwig, ich hoffe, du hast tolle Ferien. Hier ist jeden Tag schönes Wetter. Das verzieht sich hoffentlich. Ganz sicher. Papa ist sehr zufrieden mit dem Urlaub. Der ist vielleicht schwer in deinem Kopf. Und ich habe hier schon einen Haufen Freunde. Das tut überhaupt nicht weh. Au! Wir spielen den ganzen Tag. Alles ist prima. Mama! Hallo! Patissals bitte haben. Merci. Möchten Sie vielleicht auch Senf oder Pfeffer? Nein, danke. Willst du vielleicht gleich Käsefondue mit ihr machen gehen? Seid ihr das erste Mal im Urlaub in die Seike? Ja? Seht doch, sind die zwei nicht niedlich, wie sie da sitzen? Sie werden vielleicht noch ein Hochzeitspaar. Liebe Marie Hedwig, unsere Liebe ist in Gefahr, aber ich werde Ihren schrecklichen Plan verhindern. Sie müssen abreisen. Nein. Das ist die Wasserzuleitung von der Dusche. Und das hier ist das Abwasserrohr. Und wir verstecken in Ihrem Bett eine Schlange. Ah! 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 Jetzt habe ich aber genug. Gott, hast du mich erschreckt, ne? Ah! Ich habe alles im Griff. Ah! Sie müssen mir schwören, wenn wir geschnappt werden, kein Wort darüber zu meinen Eltern, dass ich die Idee hatte. Ehren spucken! Ja! Ah! Ja! Ja! Vielen Dank.